Dieser Ford K ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet einen Platz für vier Personen. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Stärkstopp-Automatik, ABS, ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,9 Litern pro 100 km. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. ZDF-Best. 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 ZDF-Best.